Hallo, ich bin der Wari und ich habe eine neue Wildkamera bekommen von Wolfhang und zwar die T01. Ich habe die noch gar nicht ausgepackt, das sieht man ja. Ich packe die mal jetzt auf, hier aus, zwischen den ganzen Mücken. Ich will die nämlich hier aufhängen. Plaste. Oh, Batterien sind nicht bei. Ich habe keine Batterien mitgenommen. Ist ja wenigstens eine Speicherkarte drin. Nein, eine Speicherkarte ist auch nicht bei und ich muss sagen, ich kenne dieses Gehäuse irgendwie. Das kommt mir sehr bekannt vor. Das ist nämlich einer der neueren Wildkameras, die ich zum testen bekommen habe. Ich habe mir darüber noch kein Urteil bilden können, aber gucken wir mal erst mal rein, was sie so schön ist aufgenommen hat. Ja, die konnte ich nicht abschließen, genau. Das war nämlich ein Makel, was ich schon festgestellt habe. Das ist ja doof, das ist ja nur ein zweistufiger Schalter. Also sowas verstehe ich nicht. Die Lexa Speicherkarte sind die besten, die ich bisher gefunden habe. So. Ja, ich habe die Kamera ausgemacht und die Speicherkarte entfernt. Ich kann die Speicherkarte jetzt nicht lesen. Entweder ist sie beschädigt. Entweder ist sie beschädigt. Ich hasse sowas. Also die kommt wieder zurück. Was soll ich mit dem Dreck? Die geht doch gar nicht an. Ich hasse sowas. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Ich weiß nicht, ob ich die Aufnahmen retten kann, weil genau das passiert bei Kameras mit so einem zweistufigen Schalter. Ich schalte die aus. Die war gerade beim Aufnehmen. Speicherkarte kaputt. Ich denke mal, die Lexa Karte wird nicht so schnell kaputt gehen, aber ich kann die jetzt nur noch mit dem Laptop auslesen. Gut. Ich schicke diese Kamera wieder zurück. Will ich nicht haben, Wolfgang. Könnt ihr behalten. Ich habe die hier aufgehauen, weil ich eine schöne Aufnahme haben will. Platsch. Jetzt kann es sein, dass ich nicht eine Aufnahme habe. Okay. Also wenn ich die Aufnahme retten kann, dann zeige ich sie euch jetzt noch. Wenn nicht, dann gehe ich zur nächsten Kamera. Ich konnte ein paar Daten retten. Die zeige ich euch jetzt. Ich hatte diese Kamera auf ein Wildpfad von Füchse aufgehangen, wo gerade Jungtiere mit zu sehen sind. Im Kreuzfeuer dieser Kamera hängt eine andere Wildkamera, die Aufnahmen gemacht hat. Und genau die Frontansicht, die ich so haben wollte, die fehlen eigentlich alle. Ich bin sehr enttäuscht von dieser Kamera. Ich schicke die zurück zum Hersteller. Die kann der behalten. Ich empfehle die euch nicht. Und bei Kameras mit zweistufigen Schaltern solltet genau auf sowas aufpassen. Am besten baut ihr die Kamera ab oder ihr hängt irgendwas davor, wartet eine Minute und schaltet dann erst den Schalter aus, sodass ihr euch sicher sein könnt, dass die Kamera gerade nicht dabei ist aufzunehmen, weil so zerstört man nämlich Speicherkarten. Kampakti 80. Die Kamera bereite ich jetzt vor. Viel Glück!